Mit dem Aqua XXL Set kann man wunderbares Happy Painting machen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gekonnt und habe es durch meine Kinder kennengelernt. Es ist also ein Mal Spass für Kleine, aber wie auch für Erwachsene, die natürlich andere Figuren malen. Als erstes zeichnet man auf dem Designkarton Weiss unter einem Bleistift die Figur oder das Motiv vor. Die Aqua XXL Bundstift kann man auf die Mollpalette vormalen und kann mit dem Wassertankpinsel die verschiedenen Farben miteinander kombinieren. Das gibt ganz wunderbare Effekte und je nach Geschmack nimmt man vier verschiedene Farben ineinander in oder einfach zwei. Das Ganze wird mit dem Bild rechnen, damit man weiterarbeiten kann. Und am Schluss mit dem Fine Liner werden Konturen, Gesichtchen oder verschiedene Formen ausser nur als Dekoration noch gezeichnet. Und noch einmal ein Hintergrund mit den Aqua Farben ausgemalt. Jemand, der sehr gerne Kärtchen bastelt, ist das vielleicht auch eine Variante, wo natürlich vielleicht andere, schwierige Formen oder Figuren zeichnet werden. Und auf so eine spezielle Art kann man wirklich ganz wunderbare Kärtchen gestalten. Und tut sich noch im Körper etwas Gutes, um seine Kreativität ein bisschen zu fördern und eine Art Wellness zu Hause zu machen.